So, da bin ich auch wieder. Ich bin jetzt hier unten. Ah, das ist ja echt nervig. Weil das... Da... Also da muss man mich jetzt wirklich mit entschuldigen, weil das... Das war ja ein echter Bug und sowas. Ich meine, ich konnte weder sterben oder sonst n'wie was. Also... Da... Bitte ich doch, mich zu entschuldigen, aber... Ähm... Das ist mir ja noch nie passiert. Ich meine, ich habe ja jetzt auch ein bisschen dadurch Zeit verloren. Ups... Ja, Yoshi... Ähm... Ich habe auch gleichzeitig das... Aber das... Das ist mir noch nie passiert. Äh, nee... Das ist mir noch nie passiert. Selbst jetzt noch nicht mehr drüber hinweg. Aber das ist... Das ist mir noch nicht mehr drüber hinweg. Das lässt mich echt sprachlos. Das ist mir noch nicht mehr drüber hinweg. Superb. Hey! Ja, man muss es irgendwie so versuchen. Aber das war echt ein Bug. Also da muss ich dazu sagen, das war ein richtiger Bug. Also dann, das sollte mir auch mal dazu halten. Baby Mario nochmal schön weglassen. Boah, nee, Alter. Und natürlich auch noch im vorletzten Level muss das natürlich passieren. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Heute ist absolut nicht mein Tag. Wir erinnern uns an den Sternkreis, den ich erzählt habe. Hier ist er. Oh, jetzt denkt jemand wieder an mich und knutscht einen anderen. Keine Ohr nicht, Leute. Tschö, tschö, tschü, tschö, 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 tschö. Red him! Blume spucht ja 3 Eier auf einmal aus. Ja, beinahe so ziemlich. Du spuckt 4! Komm, putz, 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 putz! Danke! Zuhu, tru, 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 tru! Zuhu, tru, 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 Oh, muss das unbedingt so ne Blume sein. So. Oh nein, sag mir jetzt nicht, dass das ein Bonus spielt. Oh ja. Baby Mario. Ist mir jetzt alles so egal, ist mir alles so egal. Und ich bin am Ziel, oh Gott sei Dank. Ja. Ja. Ab zur letzten Burg. Bosos Schloss. So. Wir spielen natürlich jetzt mit dem grünen Yoshi, dem Haupt Yoshi quasi. Und hier gibt es Sonntagsfahrer. Nein, ich muss das Ding hier einsammeln. Sonst, ähm, heiße es hier wieder. So. Aua. Nein, nein. Nein. Diesmal aber absolut ins Loch. Egal. Egal, 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 ich habe Bosos Schloss. Und wieder hier der Sonntagsfahrer Kamek. Ach ja. Habe ich schon mal gesagt, dass ich doof im Fliegen bin? Und wieder Haley Action. Und wieder Haley Action. Warum kann ich mich nicht merken, einfach mal ein bisschen höher zu fliegen? Sobald der eine da kommt. Ne, aber wenn ich Glück habe, ist das wirklich die schwerste Stelle im gesamten Schloss. Für mich. Mit Ausnahme des Bosskampfs. So, ein bisschen höher. Ne. Ich mag das. Ich finde das so unfair, dass der Yoshi dann da. Und dann runter ins Loch. Genau deswegen habe ich nämlich auch die gesamten Leben gesammelt. Weil das hier richtig, richtig, richtig nervig sein kann. Ich hab den noch nicht mal berührt. Was soll das? Ohohoho. Ja, guck nicht nach hinten. Da ist nur die Vergangenheit. Wir müssen nur nach vorne gucken. Ja, aber ich bin nicht schon mal bereit für ihn. Ja, ich bin nicht ganz nett. Ich bin nicht nur nach vorne. Aber ich muss vielleicht vielleicht nicht mehr zeigen. Ja, ich muss jetzt mal machen. Ach. 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 So. So, jetzt heißt es tatsächlich ein Tor wählen. Und es ist Tor Nummer 1 geworden. Bei meinen Probeaufnahmen war es übrigens Tor Nummer 3. Sollte jetzt allerdings nicht so das große Problem werden. Bis zum nächsten Mal.